Guten Tag, mein Name ist Peter Klein, ich begrüße euch wieder zu einem Illa Talk, diesmal mit meinem Freund und Kollegen Herres G. Janisch in einem etwas ungewohnten Anzug. Er ist kein Skirennfahrer, ich kenne ihn als Psychodramatiker aus einer guten Zusammenarbeit im Bereich mit der Aufstellungsarbeit. Herres, warum heute im Skianzug? Ja, weil ich die österreichischen Berge nütze und im Ferienbereich, wo wir in Österreich auch an der Schule arbeiten, gibt es immer im Februar genug Zeit, auch ein bisschen in die Berge zu fahren, um Skikurse zu veranstalten. Das ist eines meiner Passionen. Seit vielen Jahren arbeite ich mit Familien und mit Kindern auch in dem Bereich, dass ich ihnen neben dem Skifahren auch die Schönheiten der österreichischen Berge und der Natur vermittle. Ja, und es passt ja irgendwo auch so ein Stück weit zum Thema des Psychodramas. Wir haben schon mal ein Video aufgenommen, da war ich in Ägypten gerade im Urlaub mit so einem T-Shirt und du hattest einen sehr feinen Zwirn an, bin ich auch darauf angesprochen worden. Heute drehen wir das Ganze mal so ein bisschen um. Was ist denn so, wie bist du denn so zum Psychodrama gekommen? Wir haben ja jetzt so ein magisches Datum. Moreno vor ungefähr 100 Jahren hat ja damit in Wien gewirkt. Wie ist deine Geschichte, deine persönliche Geschichte zum Psychodrama? Also ich würde mal sagen, ich hatte schon in früher Kindheit und Jugend einen Faible für Theaterspielen. Und es war für mich auch immer eine Freude, einfach auch Menschen zu imitieren, also auch ein bisschen Kabarett. Und im Prinzip diese persönliche Freude und auch Neigung, durchaus auch manchmal kabarettistisch Menschen als solches auch ein bisschen zu spiegeln, habe ich schon auch auf Bauernbühnen gehabt, also meine Jugend. Und indirekt, wenn man sich dann rückblickend mit Moreno befasst, kommt man ja darauf, dass Moreno sehr stark auch in Österreich, in Wien die Stegreif-Theaterszene beeinflusst hat, sehr stark mit seinen Thesen, mit seinen Überzeugungen und auch geholfen hat, diese Technik des Einrollens auch in reale Schauspieler und Schauspielkunst und so weiter auch zu vermitteln. Und wie gesagt, man hat eine gewisse Freude am Theaterspielen und ich glaube, dass das ja auch ein Spieltrieb in uns ist, dass wir gerne spielen, auf einer Bühne spielen. So habe ich, wenn ich jetzt rückblicke, begonnen mit dieser Passion auch später dann in Amerika. Ich habe auch die Zeit genützt in meinem Leben, circa ein Jahr in Amerika zu verweilen, habe auch dort studiert und hatte auch dort dann so den ersten Kontakt zu der amerikanischen Variante des Psychodramas, was wiederum sehr stark in Theaterspielkunst auch mündete. Und natürlich hatte ich damals das Studium in Health and Stress Sciences an der Northeastern University und mit manchen schönen Nachmittags-Sessions in Harvard und unter anderem war dort auch wieder Theater mit Psychodrama. Und dann habe ich das erste Mal auch verstanden, okay, da ist eigentlich eine Person, die hochinteressant ist und die die Theaterszene nicht nur beflügelt hat, sondern auch tiefere Einblicke in das Wesen des Menschen, in die Anthropologie des Menschen geliefert hat. Und ich habe mich dann auch in Amerika auch mit einer Ausbildung in Psychodrama als solches damit noch wirklich auch befasst und habe bemerkt, dass er eigentlich Österreicher ist. Und von dem her war ich auch erstaunt, in Amerika einen berühmten Österreicher zu... Also du bist über Amerika, über den Moreno in Wien, über Umweg sozusagen aufmerksam geworden. Richtig, richtig, richtig. Spannend. Das haben wir uns auch noch nie drüber unterhalten. Ja, und von dem her war es dann für mich natürlich klar, weil ich auch eher ein Mensch bin, der nach Erkenntnis sucht, der sich alle Philosophie in dieser Welt anhört, anschaut, auf eine Art von Wahrheitsgrad untersucht und herausfinden möchte, was kann man denn wirklich als für wahr halten. Und die Anthropologie von Moreno hat mich sehr fasziniert. Er spricht ja von einem sehr starken theistischen Ansatz und nachdem ich auch sehr starker Theist bin, habe ich wirklich dort auch jemanden gefunden, wo ich das Gefühl hatte, ja, der hat über das Wesen, über das kosmische Wesen des und des Menschen sehr viel verstanden und versucht vor allem Menschen auch mit seinen Ansätzen in ihren Biografien sie zu unterstützen. Und das hat mich fasziniert. Und das war im Prinzip so 93, 94. Du warst aber zu dem Zeitpunkt dann schon, du kennst dich ja in vielen Bereichen, würde ich dich als Experten sehen, auch Viktor Frankl zum Beispiel und seine Arbeit. Du warst in dem Bereich aber schon als Coach oder Berater tätig? Oder ist Psychodrama wirklich so dein Einstieg in so dein ganzes Wirken geworden? Ich denke, meine Biografie hat sicher damit zu tun, wie du ja weißt, ich hatte sehr interessante Erfahrungen in meiner Kindheit und Jugend, hat sicher prägende Erfahrungen, die mich auch auf diesen Weg gebracht haben und daher auch die Sehnsucht, die eigene Biografie im Sinne der Gestaltpsychologie auch so weit auszugleichen, dass ich sagen kann, es gibt keine offenen Gestalten mehr im Leben, dass ich einigermaßen in meiner Mitte bin. Und ich hatte sicher vielleicht keinen leichten Start im Leben, aber ich konnte rückblickend diese vielen sehr auch traurigen Erfahrungen, die ich so gemacht habe, dadurch als Lehrmeister meines Lebens auch bezeichnen und habe mich daher sehr früh auf den Weg der Psychologie begeben. Natürlich ganzheitlich im Sinne nicht nur in dieser innstirnigen martialistischen Weltsicht, sondern wirklich in einer ganzheitlichen Sicht und habe auch Psychologie studiert. Also ich habe 1985 in Grad schon Psychologie studiert und damals noch die Chance gehabt, Viktor Frankl noch live zu erleben. Und im Prinzip hat mich Viktor Frankl sehr beeindruckt, weil natürlich auch er meine Biografie insofern geprägt hat, weil er die Hölle erlebt hat und durchaus in manchen Phasen meines Lebens kann ich sagen, das kam dem ein bisschen nahe, aber eben diese Erfahrungen genutzt hat, um es proaktiv, positiv in sein Leben lösungsorientiert zu steuern. Und das hat mich fasziniert, die Person hat mich fasziniert. Und daher habe ich auch natürlich das Psychologiestudium diesbezüglich genutzt. Aber es wurde im Psychologiestudium eigentlich kaum das Psychodrama erwähnt. Und damals hatte ich auch, wie gesagt, noch keine Ahnung, also 85, also acht Jahre später, habe ich ein Postgraduate-Study gemacht, eben in Amerika. Und da habe ich dann das erste Mal so von Moreno erfahren und erleben dürfen. Und das habe ich wirklich geflasht. In einem weiteren Abschnitt hast du es ja auch zusammengebracht mit Aufstellungsarbeit, mit dem Begriff psychosoziale Aufstellungsarbeit. Da hängt natürlich auch die Lebens- und Sozialberatung in Österreich dran, vielleicht auch für unsere Zuseher in Deutschland oder auch in der Schweiz, die jetzt mit dem Lebens- und Sozialberater noch nicht so viel anfangen können. Ist das so die Etappe, wo du dann angefangen hast, aus den Wurzeln der Arbeit, wie du sie gelernt hast, so auch dein eigenes zu entwickeln? Kann man das so sagen oder einen neuzeitlichen Ansatz zu bringen, der auch deine Handschrift mitträgt? Ich will es mal so sagen. Das Wort psychosozial kam später ins Spiel, erst ab 2007, ab 2008. Da habe ich dann in der Wirtschaftskammer Wien, wurde ich gebeten von manchen Juristen, ob ich nicht mein Wissen auch im Rahmen der Wirtschaftskammer als solches einbringen könnte, weil sie dort verstanden haben, vor allem im Bereich Sportwissenschaft, da gab es ein ganz junges Gewerbe, das keiner kannte. Und ich war so der Erste, der da plötzlich aufgetaucht ist. Und da gab es auch kleine Komplikationen mit dem, weil sich die Behörden und auch die Wirtschaftskammer rechtlich nicht ausgekannt haben. Vor allem nicht gewusst haben, was ist mit den Inhalten als solches in Verbindung mit dem Gesetz, wie kann man das bündeln? Und da kam ich ja mit der Arbeit, habe ich da begonnen, im Rahmen der Berufsgruppen. Aber um das Wort psychosozial aufzudröseln, natürlich hat mich eher der Ansatz der Wahrheitsfindung wieder hier sehr stark begleitet, weil ich ja auch Philosophie studiert habe, auch Psychologie studiert habe, mit dem Ansatz, ich möchte nicht etwas werden, ich möchte mich mit Erkenntnis so weit ausstatten, dass ich mich den Geheimnissen des Lebens, des Kosmos befasse. Und ich bin eher so ein Mensch, der ergründet, der forscht, der liest, der sucht und der überprüft. Da bin ich auch ein sehr starker Popperianer geworden, der auch natürlich ideologiekritisch und wissenschaftstheoretisch unterwegs ist. Und ich schaue mir im Prinzip einigermaßen wertfrei jeden Ansatz an, ob er jetzt europäischer, asiatischer, afrikanischer oder amerikanischer Prägung sei und suche nach Juwelen der Erkenntnis, wo ich das Gefühl habe, das bringt mich und vor allem auch uns als Gesellschaft weiter. Natürlich habe ich dann im Bereich vom Psychodrama eben sehr viel Erkenntnistheoretisches erkannt. Er hat ja auch eine Philosophie geschaffen, eine heilsame Philosophie, weil ich glaube, das beginnt schon beim heilsamen Denken. Und dieser Begriff heilsam hat sich ja auch durchgezogen durch Moreno, heilsame Begegnung. Das ist ja so ein wertvoller Ansatz, dass jede Begegnung zwischen Menschen heilsam sein soll. Und ich habe das für mich als wirklich sehr wegbereitend und auch als Kompass gesehen, was er so versucht hat, auch als Sozialutopist, kann man sagen, auf diese Erde zu bringen, die Menschheit zu bringen. Und ich bin dann vom Typ her sicher ein eher Reformergeist oder auch ab und zu, ich nenne mich Bewusstseinsrevolutionär, weil ich natürlich auch versuche zu ergründen, was ist denn im Konservativen noch überhaupt sinnvoll, beständig und was braucht es an Neuem. Und der Ansatz von Moreno ist ein höchst kreativer, spontaner, flexibler Ansatz, der mich auch insofern begeistert, weil er ein Grundsystem geschaffen hat, auf dem wir gut aufbauen können, vor allem auf dem alle Aufstellungsformate aufbauen. Und in meiner Analyse behaupte einmal ich, dass auch jeder Beratungsprozess, jeder Therapieprozess diesem Grundtakt, diesem Dreitakt des Psychodramas Folge leistet. Und ich habe gesehen, dass da eine gewisse Matrix dahinter steckt, dass das Psychodrama eigentlich fast alles schon vorweggenommen hat. Und es hat mich sehr fasziniert. Und natürlich war auch die soziometrische Komponente seiner Frau, wir wissen ja, dass das Psychodrama mit Soziometrie sehr stark in Verbindung gebracht wurde. Also mit einem Satz, was ist Soziometrie, für die, die nicht so fachlich so stark drin stecken? Naja, man müsste mal sagen, dass das Psychodrama ist ja eigentlich ein Begriff, Psyche in Bewegung. Eigentlich versuchte er ja mit seinem Ansatz, er war ja auch Griechisch und ich bin ja auch sozusagen, von meiner Herkunft her bin ich griechisch. Von dem her war das auch schön, dass er schon die griechische Tragödie, Komödie, die ganzen so quasi Schauspielformen von Griechenlands als eine therapeutische Form eingebunden hat. Und seine Frau hat sehr stark den Ansatz der Soziometrie ins Spiel gebracht. Und das heißt eigentlich, Beziehungen messbar machen, Beziehungen skalieren. Also eigentlich das alles, was wir im Prinzip auch in der Aufstellungsform, wo wir Symbole oder Menschen in Beziehung stellen, dann spricht ja die Nähe, die Distanz, die Größe und das Kleine spielen eine Rolle, die Farbe. Und ich meine, später hat ja auch dieses Format Skalierung bei Steve D'Shayser Einzug gehalten. Und von dem her ist die Soziometrie die Basis, wie man im Prinzip das erste Mal qualifizierend und quantifizierend wirklich fundiert die Qualität einer Beziehung darstellen konnte. Und daher finde ich. Du arbeitest ja auch viel mit Symbolik. Also ich kenne das ja von dir, du kommst da mit einer Kiste, da sind dann die Stofftiere drin und die Münzen drin. Also es hat ja viel auch mit Symbolik zu tun. Ich versuche nochmal so vielleicht ein, zwei Unterschiede rauszuarbeiten, für Menschen jetzt, die sagen, ich kenne so die klassische Aufstellungsarbeit und suche nochmal so das Spezifische. Warum soll ich denn jetzt, wenn ich Aufstellungsarbeit vielleicht auch schon kenne, mich nochmal so mit den Wurzeln des Psychodramas überhaupt so beschäftigen? Und vielleicht füge ich da auch an der Stelle mal so ein bisschen meine eigene Geschichte dazu ein. Also ich habe schon jahrelang ja mit Aufstellungen gearbeitet, war in Wien, dann haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich dir gerade das Buch, was ich gerade frisch geschrieben hatte, in die Hand gedrückt, über Buddha, Freud und Falco, dass ich mit historischen Persönlichkeiten in Aufstellungen, in Kollektiv gearbeitet habe. Und ich dachte wirklich, da etwas Neues erfunden zu haben. Also eigentlich ging es bei mir auch über Umweg. Und dann hast du mich auf den Moreno aufmerksam gemacht. Und dann google ich den Moreno nach und sehe, dass der also da im Augarten mit Prostituierten, mit Kindern, also im Wiener Augarten im zweiten Bezirk gearbeitet hat. Und die Idee, das zu machen mit den historischen Persönlichkeiten, diese Idee kam mir tatsächlich das erste Mal in einer Praxis in der oberen Augartenstraße, wo wir vom Seminarraum auf den Augarten runtergeschaut haben. Da gibt es ja diese Flagg-Türme noch aus dem Weltkrieg. Und wir hatten also ganz oft so Nationalsozialismus-Krieg, irgendwelche Aufstellungen. Die Leute haben immer auf diese Flagg-Türme runtergeschaut. Und ich bin manchmal mit meinen ersten Ausbildungsgruppen in Wien auch in den Augarten gegangen. Und wir haben da in freien Aufstellungen gemacht. Und witzigerweise aber zu dem Zeitpunkt kannte ich Moreno überhaupt nicht. Ich kannte das Plyodram überhaupt nicht. Es war eigentlich eine kleine Bildungslücke für jemanden, der in Wien begonnen hat zu arbeiten. Und seitdem bin ich immer sehr vorsichtig so mit der Geschichte. Ich habe eine neue Idee. Kriege auch Gänsehaut, wenn ich das jetzt sage. Weil ich glaube, die Ideen liegen halt manchmal einfach auch in der Luft. Wir sind in einem Feld. Und wir docken manchmal auch an bestehende Energien an und wissen gar nicht, was uns da führt und was uns da leitet. Und deswegen vielleicht nochmal so ein bisschen die Idee, was ist so aus deiner Sicht so das Spannende für jemanden, der sagt, ich kenne jetzt Aufstellungsarbeit. Was ist nochmal das Spannende, sich wirklich an die Wurzeln mit dem Psychodrama nochmal zu begeben, wo wir so ein bisschen auch die Idee haben. Hellinger hieß es ja sehr oft, hat Aufstellungsarbeit nicht erfunden. Er hat sie nur weiterentwickelt oder bekannt gemacht, seine Variante. Und die Ursprünge sind eigentlich schon sehr im Psychodrama und in dem Moreno seiner Arbeit zu sehen, wenn man das mal betrachtet, was der vor 100 Jahren eigentlich schon gemacht hat. Ich darf später das Wort psychosozial noch einmal auftrösen. Das war ja eine Frage, aber das kann man besser später beantworten. Aber was du jetzt gesagt hast, das macht für mich absolut Sinn, in diesem Weltbild von Moreno, wo natürlich auch das Leben nach dem Leben ein Thema ist. Also wo für mich eine große wirkliche Ressource ist, auch sich mit dem sogenannten Tele bei Moreno, das man später auch begrifflich als morphogenetisches Feld, das man auch als psychogenes Feld, das man als spirituelles Feld bezeichnen kann. Aber die Quantität bleibt immer die gleiche. Es gibt scheinbar Übertragungsphänomene zwischen Menschen, die im Prinzip auch dem Resonanzgesetz folgen, wo Menschen einfach andocken können. Und ich bin überzeugt, wenn du mir erzählst, und ich habe ja schon diese Geschichte gehört, jetzt ein bisschen mehr im Detail, aber dass du mit, oder dass Moreno mit dir und du mit Moreno in diesem Moment sehr stark in Resonanz gegangen bist nach dem Teleprinzip und sicher Moreno, also aus meiner Sicht sowieso, weiterlebt wie jeder Mensch, der im Prinzip diese physische Hülle hinter sich lässt und natürlich dort resonanzmäßig andockt, wo auch jemand in seinem Feld arbeitet. Und wenn du schon örtlich dort bist, dann für mich war es ganz klar, da hatte ich eine Resonanzverschmelzung, eine Synchronität zwischen die und Moreno stattgefunden und hast genau das gemacht, was auch... Ja, wir hatten eine kleine technische Unterbrechung wegen dem Wind in den Bergen, aber das gehört ja zu der Arbeit mit Psychodrama und Moreno dazu. Alle Widerstände, alle Widrigkeiten, alles im Außen, was da ist, wird direkt in den Prozess mit eingebunden. Da erinnere ich mich auch an so manche Geschichte, dass das Publikum, was zugeschaut hat, mit einbezogen wurde und Störungen und deswegen machen wir an der Stelle jetzt einfach weiter. Ja, ich hatte, glaube ich, gerade das Tele erklärt, wo ich auch eine Erfahrung sehr stark mit einer unsichtbaren Begegnung mit Moreno auch verbinde, weil so erlebe ich Moreno genau, dass man im Prinzip, wenn man an den Orten dort, auch in Wien, wo er sehr wuchtig und mächtig dieses Instrumentarium entwickelt hat, wenn man da auch hingeht, spürt man auch eine ganz andere Schwingung, wenn man vor allem auch mit seinen Werken verbunden ist, mit seiner Persönlichkeit, dann spürt man hier, da kann man irgendwie andocken. Dann fließt es, Pantaré, dann hat man gute Ideen und man spürt richtig, dass man auch in dieser Verbindung mit den Prozessen einen sehr guten Flow hat. Also das kann ich bestätigen, weil das ist ja das Faszinierende, was für mich Wien ausgemacht hat, dass ich auch gerade mit diesem Buch Budafreud Falco, und dann ist ja noch ein Roman dazu auch noch rausgekommen, ich bin ganz bewusst immer an historische Orte gegangen, ich habe die Musik gehört, die man damals gehört hat, also habe versucht, mich teilweise mit Ernährungsgewohnheiten, also wirklich so rein zu switchen in diese Personen und habe dann so manchmal einen mehrwöchigen Schreibprozess draus gemacht. Und was mich dann auch ermundert hat, ja noch einen zweiten Roman zu schreiben, war also das immer mehr mit der Kunst eben auch zusammenzubringen, weil ich gesehen habe, so im Ursprung von Moreno, dass sich das eigentlich eignet, die Bühne da auch wieder mit einzubeziehen, wenn ich jetzt szenische Lesungen zum Beispiel mache. Und ich kenne von Moreno halt nur so Geschichten wie, wenn er eine Frau als Klientin jetzt hätte oder hatte, die etwas schüchtern war und sagt, sie ist gehemmt, dass Moreno dann zu ihr zum Beispiel gesagt hätte, na gut, dann spiel doch gleich mal die Prostituierte und spiel dich doch mal frei von deinen Ängsten und deinen Hemmungen. Also mehr so dieses Spielerische auch reinzubringen, während wir bei den Aufstellungen ja mehr so klassisch so vom Repräsentieren, vom Wahrnehmen sprechen, ist im Psychodrama halt viel mehr das Spielerische oder das Gestalterische erlaubt. Kann man das so sagen im Vergleich oder auch im Unterschied? Ja, du erklärst das wunderbar. Auch deine Person, glaube ich, ist so. Du bist ja im Prinzip das, was Moreno mit Einrollen gesagt hat, das machst du ja, ich habe dich ja auch beobachtet, während du deine Bücher schreibst, bist du inspiriert, du gehst auch ein auf die Persönlichkeiten und diese Empathie ist notwendig, auch für die Fähigkeit auf der Bühne, auch wirklich Figuren zu spielen. Und wenn man jetzt da auch Moreno im Zusammenhang sieht mit Psychodrama, dann geht es eben, anders als bei sehr rigiden Formaten, geht es darum, wirklich auch diese Freiheit zu erleben auf einer Bühne, diese Freiheit von unterdrückten, nicht gelebten Potenzialen, Gefühlen, Wünschen, dass man hier mal eine Möglichkeit hat, einmal das auszuleben, was sonst immer im Innersten versteckt wird, weggedrängt wird. Und es ist wie eine heilsame Erschütterung, Katharsis, dass ich dann das wirklich freisetzen kann, was ich vielleicht an unbewussten Impulsen in mir trage. Daher eine unwahrscheinlich schöne Methode, Menschen zu helfen, von sich ganz zu fühlen, tiefer in sich vorzudringen und auch versteckte Persönlichkeitsanteile wirklich so in die Gegenwart, in das Hier und Jetzt zu transferieren. Wir wollten nochmal den Sprung machen in den Begriff der psychosozialen Arbeit. Da wolltest du nochmal anknüpfen, wenn wir das jetzt von der Vergangenheit langsam jetzt immer mehr auch ins Hier und Jetzt wieder versetzen. Naja, man muss einmal ganz klar sagen, dass im Prinzip ich einen Aufstellungsbaum sehe. 100 Jahre Moreno heißt für mich, dass natürlich die Wurzeln dieser Arbeit durch Moreno, durch das Ehepaar Moreno geschaffen worden ist, aber im System des Psychodramas sich automatisch ja schon der Ansatz einer Weiterentwicklung enthält. Er ist systemimmanent, schon sichtbar. Das heißt, die Prinzipien der Kreativität, der Spontanität führt automatisch dazu, dass sich neue Formate mit den gleichen Grundprinzipien bilden werden. Und wenn man sich dann anschaut, Virginia Satia, saß ja eigentlich in den Seminaren von Moreno in Amerika und hat sich daraus später eine mächtige Schule auch in die Entwicklung gebracht, nämlich die systemische Familientherapie. Und so geht es weiter. Viele systemische Ansätze wurden dann natürlich inspiriert. Die Skulpturarbeit eines Steve DeShazers, wo man ein Posing macht, wo man praktisch die innere Gefühlswelt und die innere Befindlichkeit darstellt und vielleicht auch eine Gruppenskulptur arbeitet, Familienskulptur arbeitet, das alles hat ja den gleichen Geist. Und man kann sehen, dass sich so ein richtiger Baum, der, ich nenne es, der psychosystemischen Aufstellungsarbeit entwickelt hat, weil die gesamte Geschichte die Impulse, die Juwelen von jeder einzelnen Schule eingebaut hat und immer mehr und mehr diesen Baum als solches zur Entfaltung gebracht hat. Man könnte sagen, der Baum hat die Frucht des Apfels und die psychosystemische Aufstellungsarbeit wäre für mich das, was das Modernste darstellt. Wobei eben psychosystemisch deshalb, weil die Psyche, die intrapersonellen unsichtbaren Kraftquellen sich sozusagen mit den interpersonellen unsichtbaren Ressourcen oder Problemzonen verbinden. Und wir sprechen ja von einem systemischen Ansatz und für mich ist systemisch, dass ich als Mensch eingebettet in ein Mikrosystem, eingebettet in ein Meso- und Makrosystem, mich dem eigentlich widme und im Prinzip diese Kraftquellen miteinander bündle, so weit wie möglich heilsam, fokusorientiert, um dann die Individuation, wie es Karl Gustav Jung sagen würde, besser vorantreiben zu können. Und dieser psychosystemische Aufstellungsbaum, den kultivieren wir auch in meiner Funktion in der Kammer, weil es auch die Freiheit erlaubt, jedem, der einen systemischen Ansatz hat, sich da auch irgendwo angesprochen zu fühlen. Und deshalb ist für mich auch wichtig, dass wir das auch nach außen tragen. Wobei der Begriff psychosozial jetzt in Österreich eine neue Prägung erfahren hat, weil es hier jetzt eine neue Verordnung gibt mit einer neuen Ausbildung. Und im Bereich der Lebensberatung werden in Zukunft sämtliche Menschen auch als psychosoziale Beraterinnen auf den Markt kommen. Wobei ursprünglich, wenn ich zurückkehre zu Moreno, er hat gesprochen von einem sozialen Atom, dass man auch aus der Innenwelt synchron auf eine Bühne positioniert, in Form von Symbolsprache. Und dieser soziale Spiegel, den habe ich weiterentwickelt zu einem psychosozialen Spiegel, weil ich mir denke, Moreno hatte da nur diesen sozialen Aspekt ins Spiel gebracht, nicht diesen intrapersonellen Aspekt. Und deshalb macht es Sinn, es als psychosozialen Spiegel zu bezeichnen. Das heißt, ich stelle innere Gestalten, Hilfs-Ichs, auf eine Bühne in Kontext in Verbindung zu den sozialen Hilfs-Ichs. Und so bekomme ich eine psychosoziale, atomare, kleine Situation und die kann ich dann aus... Also die Hilfs-Ichs sind das, was man jetzt in klassischen Aufstellungen Repräsentanten oder Stellvertreter nennt. Also das war für mich auch interessant. Wir haben auch mal so ein gemeinsames Seminar gemacht mit Psychodrama und psychosozialer Aufstellungsarbeit, wo auch unser Ansatz mit eingeflossen ist, dass so manches einfach von den Begrifflichkeiten zwar anders benannt ist, aber es geht auf dieselben Grundfunktionen eigentlich zurück. Ob man es jetzt Hilfs-Ichs nennt oder Repräsentant oder Stellvertreter, es läuft auf dieselbe Vorgehensweise letztendlich dann auch hinaus. Darf ich da noch ergänzen? Ja. Die Begrifflichkeiten, also aus dem heraus hat sich ja auch später Eric Byrne, die Transaktionspsychologie, hat ja mit Ich-Zuständen gearbeitet. Natürlich hat aber schon Freud begonnen, zum Beispiel mit dem Ich-Über-Ich auch mit Ich-Zuständen zu arbeiten. Und die Verbindung, dass natürlich Moreno der zweiten Schule der Wiener Psychologie zuzuordnen ist, ist schon auch klar. Man muss aber auch sehen, dass natürlich auch in der Geschichte der Menschheit schon in Babylon Aufstellungsformate existent waren. Naja, naja. Das zieht sich durch. Und was für mich halt auch so faszinierend ist, ich weiß, ich habe ja mit der Birgit Meerwald-König, mit der du ja auch zusammenarbeitest, auch an einem Buch geschrieben, das Wiener Systemische Resilienzmodell, wo wir das Wiener Resilienzmodell, was ja bereits existierte, einfach mit dieser systemischen Arbeit, mit dieser Aufstellungsarbeit nochmal zusammenbringen, haben da auch ein ganzes Kapitel drin, mit den Wiener Pionieren, die alle schon Vorarbeiten im Prinzip geleistet haben, noch bevor dieser Begriff der Resilienz überhaupt so, ich sage jetzt mal, en vogue oder modern geworden ist. Und ich war schon überrascht drüber, über Freud, über Frankel, über Moreno, aber auch reich mit seiner Körpertherapie. Auch Hans Seile, auf den du uns speziell nochmal aufmerksam gemacht hast, zum Thema Stress, Popper mit seiner Definition von Wissenschaft, die uns in den letzten Jahren sehr gut getan hätte, wenn das auch die Mainstream-Definition von Wissenschaft ist. Also wie viele Wurzeln wirklich auch in diesen Wien liegen. Teilweise logisch begründbar, weil die Leute sich kennengelernt haben, weil die zur selben Zeit gearbeitet haben. Ich würde da auch einen C.G. Jung sehen, obwohl der natürlich kein Wiener, sondern ein Schweizer ist, mit seinem kollektiven Unbewussten. Aber natürlich ist da auch viel im Matching mit Freud entstanden. Ein Jung, der ja eigentlich als Nachfolger von Freud geplant war und dann hat sich das ja entzweit und er ist eigene Wege gegangen. Aber teilweise macht es auch Zeitsprünge, wo man es nicht mehr in einer unmittelbaren Reihenfolge sehen kann. Und ich glaube, da spricht eben auch wieder viel für diese Theorie von morphogenetischen Feld oder Telos, wie du es nennst, oder wie es Moreno genannt hat, dass Wien so ein spezieller Kosmos ist, wo diese Dinge halt wirklich auf eine besondere Art und Weise auch in der Luft liegen. Genau. Deshalb haben wir auch die 4. Wiener Schule für psychische Beratung jetzt ins Leben gerufen, eigentlich schon vor einem Jahr, wo wir auch natürlich diese gesamten Impulse der großen Gründerväter, die in Wien die Geburt der modernen Psychologie vorangetrieben haben, dass wir das auch noch als kostbaren Schatz aus der Vergangenheit in die Gegenwart bringen. Und da kommt die Lebensberatung ins Spiel. Es gibt natürlich weltweit keine einzige ähnliche Struktur, die im Prinzip sich so gestaltet hat, warum das, glaube ich, auch eine ganz, ganz wesentliche Kraftquelle sein kann, auch für Europa, für Deutschland. Weil hier gibt es wahnsinnig viel, das vielleicht noch nicht gesagt wurde, noch nicht vermittelt wurde. Und ich denke, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo wir das auch einmal hinaustragen, welche Schätze Wien hat. Bist du als Deutscher für uns eine wertvolle Brücke, damit wir dann auch in Deutschland vielleicht diese Juwelen, die noch nicht gesehen worden sind, auch besser erklären können. Also wir haben ja demnächst ein gemeinsames Projekt auch vor uns liegen. Es findet ja in der Universität Wittenherdeke in Deutschland so der erste Aufstellungskongress an dieser Universität statt, was für eine deutsche Universität schon auch was Besonderes ist. Da sind wir ja beide sozusagen mit dabei. und gleichzeitig weiß ich aus eigener Erfahrung, welche enorme Faszination Wien eben auch auf die Deutschen, auf die Schweiz, aber ich glaube auch weltweit Menschen ausübt, nach Wien zu kommen. Und insofern sehe ich da im Moment jetzt beide Richtungen, die Menschen nach Wien an den Ursprung einzuladen. Wir schweben da auch in Zukunft so Seminare vor, wo man auch an diese Orte geht oder wo man das mit Besuchen verbindet, an historischen Plätzen, in Museen. Ob das ein Frankel-Museum, ein Freud-Museum, eine Stehgreifbühne vielleicht doch ist, auf der Moreno selber noch gewirkt hat oder dem Augarten und gleichzeitig aber auch mit dieser Essenz in die anderen Länder zu gehen. Ich wollte zum Abschluss vielleicht noch mal so ein, zwei Felder ins Spiel bringen, weil du für mich halt auch jemand bist, der jetzt, das ist ja jetzt schon rausgekommen, nicht nur methodisch, integrativ Dinge zusammenfügt und weiterentwickelt, das Ganze auch gewerberechtlich in eine Form gießt, sondern du hast ja auch bestimmte Menschengruppen, für die du dich speziell engagierst. Du engagierst dich speziell ja für Kinder, aber auch für Frauen, was ich weiß, mit Selbstverteidigung. Bist auch engagiert, was Pflegekräfte angeht und über all dem stehend ist dir auch Friedensarbeit wichtig. Was möchtest du da vielleicht noch mal besonders so in Aspekt auf die heutige Zeitqualität mit hineinbringen? Warum entsteht bei dir manchmal so ein spezielles Engagement für eine bestimmte soziale Gruppe? Das ist ja noch mal was anderes als eine methodische Überlegung, sondern das hat ja, denke ich, mehr so eine soziale Empathie oder einen sozialen Anspruch. Ja, das stimmt schon. Also ich glaube, da docke ich schon an, an diese Gründungsväter, die mich schon auch in meinem Grundwesen sehr unterstützen. Ich bin nicht zufrieden mit unserer Gesellschaft, wie sie mit Randgruppen umgeht. Ich bin nicht zufrieden mit der Gesellschaft, wie wir hier Probleme haben, die im Prinzip viele, sozusagen schwächer sozialisierte Menschen ausgrenzten. Die Friedensarbeit für mich ist eine wesentliche Grundarbeit, dass wir uns als Menschheitsfamilie verstehen. Aber dazu müssen wir auch verstehen, woher wir kommen und auch das Problem der Gewalt verstehen. Das heißt auch das Problem, wo das Rat der Gewalt eigentlich begonnen hat und wie wir das Rat der Gewalt auch als solches neutralisieren können. Anders als manche atheistische Konzepte sehe ich als eine theistische Grundlage in einer Anthropologie, dass wir nicht zur Gewalt als solches überhaupt neigen sollten. Dass es hier um eine faustische Schizophrenie in der kollektiven Menschheitsseele geht, die wir als solches in der jetzigen Zeit auch endlich mehr oder weniger in eine Auflösung bekommen, wenn wir uns den positiven Lichtkräften dieser Zeit auch widmen. Und ich glaube, das Engagement, das ich mit Kido habe, ist auch ein bisschen so mein Ansinnen, hier diese Gewalt im Menschen, ich nenne sie diese Drachenenergie im Menschen, eine makiavellische Grundenergie, in Schach zu halten. Ich sehe sehr viele Giraffenwesen, das sind die Masse der Menschheit, die in ihrem Innersten wie eine Giraffe sind nach Marschel Rosenberg, sehr feinsinnig, feinfühlig, sehr liebevoll, aber oft durch eine Minderheit von Drachenwesen beherrscht werden, auch gewalttätig unterdrückt werden. Es ist so mein Ansinnen, auch im Kido habe ich so diese Polaritäten zwischen Marschel Rosenberg, damals hatte es so die Giraffe und der Wolf, habe ich den Wolf transferiert in den Drachen und sehe, dass der Drache diese Welt beherrscht mit seinen Ansätzen der Ausgrenzung, der Polarisierung, der Teile- und Herrscheprinzipien. Aber die Giraffe ist die Masse, die gilt es zu stärken und dazu brauchen wir auch eine Löwenkraft. Und ich bin doppelt ein Löwe natürlich und von dem her auch hier ein bisschen so, wenn ich für jemanden Verantwortung habe, dann zeige ich euch meine Löwenkräfte. Wir brauchen auch eine heilsame Aggressivität, die im Prinzip auch in uns ja da ist und vorantreibt, aber in der Abgrenzung, in der Ich-Stärkung, in der Selbstbehauptung sehr wesentlich ist. Und daher arbeite ich sehr stark mit dem Konzept, Giraffe und Löwe können den Drachen neutralisieren. Und jetzt komme ich nochmal aufs Methodische, das habe ich bei dir schon erlebt. Jetzt kann man sich das vielleicht ein bisschen vorstellen, was das bedeutet, mit symbolischen Aufstellungen zu arbeiten, wenn du dann deine Kiste mitbringst und da ist dann auch der Löwe drin und der Drache und die Giraffe und dann auch mal das Fauna-Drama ist ja glaube ich etwas, was du entwickelt hast. Dann so die Frage, welches dieser Tiere spielt da eine Rolle oder auch Repräsentanten-Positionen oder Hilfs-Ich-Positionen durch ein Tier vertreten zu lassen. Ist ja spannend, ob jemand seine Mutter als Drache aufstellt oder als Löwe oder als Schaf oder als was auch immer. Und vielleicht, um da so mal ein bisschen Lust auch für diejenigen zu machen, die jetzt so eine Arbeit noch nicht erlebt haben, das als eine spannende Variante auch mal mit auszuprobieren und auch mal mit einzubeziehen. Ja. Ja. In Friedensarbeit sehe ich natürlich eine sehr starke, wichtige Rolle auch in der Lebensberatung. Wir haben auch im Erbe dieser großen Gründungsväter und Gründungsmütter, die alle letztlich die Sehnsucht auch mittransportiert haben, dass wir im Prinzip heilsam umgehen miteinander, dass wir in Konflikten konfliktfähiger werden, dass wir uns auch aussprechen und dass wir auch verstehen, was da abgeht. Das sehe ich gerade im Kollektiv der österreichischen Lebens- und Sozialberatung sehr stark verortet, weil hier haben wir Beratungen und Unterstützung im Großteil des menschlichen Lebens, in der Salatologie, in der Gesundheitswerdung, der Gesundheitslehre. Und da sehe ich wirklich eine Möglichkeit, die wir auch, weil wir auch als Institution verankert sind, um das auch in die Welt zu tragen. Ich glaube, dass hier Österreich eine Chance hat, eine Bühne ist, wo dieser Impuls etabliert wurde für die kollektive Menschheitsseele und in anderen Ländern gibt es andere wertvolle Impulse. Aber das kann Österreich auch in die Welt hinaustragen, so wie ein Franklin, so wie ein Moreno, so wie alle anderen es auch getan haben. Und ich glaube, die Zeit ist gekommen, weil der größere Teil des Lebens ist nicht die Krankheit, sondern wirklich die Gesunde, die Gesundheit, das Leben miteinander, das Leben mit sich, das Leben in der Familie. Und deshalb glaube ich, dass wir hier einen Auftrag haben als Österreicher, diese wertvollen Juwelen zu bündeln, zu einer Juwelensammlung zusammenzustellen und sie nach außen hin zu verteilen. Das mache ich gerne. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Ich sage vielen Dank für unseren heutigen Dialog. Wünsche dir noch viel Spaß in den Bergen und auf der Skipiste und gutes Learning mit den Kindern, die du da auch betreust. Und ja, freue mich auf weitere Begegnungen und eine gute Arbeit, die, glaube ich, gebraucht wird in der heutigen Zeit dann auch wieder und teilweise auch gemeinsam in Wien. Ich danke auf dir, weil ich sehe auch in dir, dass du ja die gleichen Sehnsüchte in dir trägst. Deshalb sind wir auch Freunde, weil ich glaube, wir brauchen ein Wir, eine Wir-Kultur und die haben wir zwei. Ja, auch Kollegen, die einfach miteinander tun, da Freude dran haben, sich gegenseitig unterstützen, voneinander lernen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade in Zeiten wie diesen. Wunderbar. Danke. Dann auf weitere heilsame Begegnungen. Alles Gute. Ja, ciao.